Wir kommen heute gleich noch zu einer zweiten Folge von Insanity Clicker. Ich nehme euch kurz mit, um euch noch die Illnesses vorzustellen und noch ein paar Infos zu geben, was ich jetzt so bisher herausgefunden habe und was im Spiel so alles noch passiert ist bisher. So wie ihr seht, bin ich jetzt aktuell auf Level 139, stehe gerade vor dem 140. Boss und was sich jetzt so ein bisschen geändert hat, also zum einen hat das Idle inzwischen einen Effekt, die Blade Damage steht jetzt hier unten, weil hier drüben stehen jetzt die Sins. Ich glaube beim letzten Mal, ich weiß gar nicht, ob überhaupt schon so Sins aufgetaucht sind, weil das eine ist, dass sie dann auch hier alle 2000 Level-Ups für die Minons, für die Pets, einen so einen Sinn zu erhalten ist. Und was natürlich komplett gefehlt hat, waren die Illnesses, weil ich hatte ja noch kein Reset und bis Level 100 war es noch ein ziemlich langer Weg. Das Interessante ist hier im Vergleich eben gerade zu Clicker Heroes, die sozusagen diese ganzen Illnesses in diesem Fall sind sofort verfügbar gewesen. Also ich muss hier, ist ja kein Zufallsfaktor dabei, welcher ich zuerst auswählen kann. Und das Interessante für alle Level 1 Stufen, das hat noch keine Sins gekostet. Das heißt, wir haben wirklich alle mit 0 für die Stufe 1 angefangen. Ja, deswegen sind hier auch schon alle auf Level 1. Danach habe ich dann hier schon mal den Skill Recharge ein bisschen verbessert, weil die Skills doch ziemlich mächtig sind, gerade mich um hier über solche Level-Grenzen hinwegzusetzen, über Boss-Monster weiterzukommen, bevor ich dann den nächsten Reset anfange. Und da ich das Spiel natürlich vor allen Dingen als Idle-Bonus oder Idle-Mode mache, habe ich hier die Obsession, die Increase Idle Damage und die Kleptomania Increase, ja sozusagen die Zahngewinnung, also letztlich die Währung auch verbessert. Und was eben hier auch mit dem Level 0 noch ziemlich gut war, dass ich jetzt auch nur noch 9 Monster statt 10 benötige, um ein Level zu schaffen. Mal gucken, ob hier eigentlich auch ein Level-Gap da war. Ja, das ist Maximum Level 5, also das kann maximal um 5 Monster verringert werden. Und genau, die Increase Chest-Filling-Reihe habe ich noch angehoben und was war es gerade noch? Genau, hier natürlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Boss-Monster auftaucht, also beziehungsweise dass ein Boss-Monster überhaupt Sinn liefert, weil das ist nicht so selbstverständlich, weil wenn so ein Boss-Monster einfach nur so klassisch aussieht, dann liefert der keine Sinn. Und wenn er aber diesen roten Kreis hier unten drunter hat, dann liefert der Sinn, auch wenn man nicht sieht, wie viele und so weiter. Weil das Einzige, wo man das nachher sehen kann, ist im Tier Sins after Amnesia, dass sich hier einfach die Zahl ein bisschen erhöht. Ich habe da auch schon im Forum mal ein bisschen reingepostet, was so meine Verbesserungsvorschläge sind und bin mal gespannt, ob davon was aufgegriffen wird. Auf jeden Fall auch noch ein Hinweis zu der Premium-Währung. Das war ja auch noch nicht ganz klar, inwieweit es, ob sie nur zu kaufen geht oder ob die auch hier klassisch im Spiel gewonnen werden kann. Und ja, hier diese Aktentaschen, wenn ihr die öffnet, auch leider, es ist nicht sichtbar, ob oder ob nicht, aber ihr seht, ich habe so eine Kristall bekommen. Aber ja, es geht an mir vorbei. Ich sehe nicht, ich habe kein Erfolgserlebnis hierbei, wenn ich da draufklicke, zu sehen, ha, es hat geklappt oder es hat nicht geklappt. Des Weiteren, wie ich jetzt auch ein bisschen durch Nachlesen noch herausgefunden habe, weil ich wusste aktuell noch nicht, wo ich eigentlich hier diese, ja die Ausrüstung bekomme. Und es ist tatsächlich so, weswegen hier auch Level 101 jeweils steht, dass wenn ich Level 101 abschließe, also wenn da diese neuen Monster gekillt werden oder wenn das neunte gekillt ist, das ist mir noch nicht so ganz klar, dann gibt es ein zufälliges Item und mehr hat es bisher nicht gegeben. Ich vermute aber mal, dass das noch ein bisschen random umgestellt wird, einfach damit klar ist, ja, dass das irgendwie auch zufällig in den Leveln dann gefunden wird. Vielleicht gibt es auch mehr pro Durchgang, wobei das unwahrscheinlich ist, soweit sie sich ja an Clicker Heroes orientieren, gibt es ja den Relikt, das Relikt-Monster eigentlich auch nur einmal. Und ja, das soweit zum aktuellen Stand. Die Ähnlichkeiten haben auf jeden Fall nicht nur bei der Skill-Leiste aufgehört, sondern sind auch noch ein Stück weitergegangen. Es gibt die gleiche Anzahl von Minons, also das ist auch noch ein Dialog, der dann aufgetaucht ist. Nachdem ich hier die ersten Boni bekommen habe, eben nach dem 110. Level, gibt es auch hier jeweils dieses Upgrade für die Minons, was dann 50% Schwierigkeit, 50% DPS verbessert. Aber ihr habt hier sozusagen wirklich die genau gleiche Anzahl und im Großen und Ganzen sind auch die Skills 1 zu 1 identisch. Zum Beispiel, was dann sehr lustig war, der Desfang, der sozusagen die Einnahmenseite bewerkstelligt, ist genau an der gleichen Stelle, wo auch von Clicker Heroes der Midas ist, der halt deutlich die Gold-Einnahmen steigert. Aber das ist alles in allem gar nicht so schlecht, sondern es ist auch eine schöne Geschichte insgesamt. Also so die Rahmen von der Benennung her, von wegen ich bin in einem Irren- oder Krankenhaus und wenn ich dann Amnesie habe, dann fange ich wieder an, von Anfang an an, habe alles vergessen. Obwohl ich sozusagen meine Fähigkeiten hier zumindest ein bisschen gestärgert habe, auch wenn ich mich da nicht im Detail daran erinnern kann. Also von der Aufmachung her finde ich das Setting schon insgesamt sehr angenehm. Was ich dann auch wieder lustig finde, ist, dass so die über die Hälfte der Achievements auch schon erreicht sind. Die anderen brauchen natürlich teilweise noch deutlich länger. Da ist dann auch so immer die Belohnung. Am Anfang bekommt man ganz schnell ganz viele Achievements und danach wird es dann immer zäher, das eine oder andere Achievement zu knacken. Mein Ziel ist jetzt, ich nehme euch jetzt erstmal mit auf den nächsten Reset. Das heißt hier natürlich zu diesem Boss. Und da gehe ich aber nochmal eins zurück, weil ich muss dafür auf jeden Fall die ganzen Fähigkeiten aktivieren, weil sonst schaffe ich den nicht. Dazu ist er nämlich dann immer noch viel zu stark und Spider ist auf jeden Fall noch viel zu weit weg, um die von der Einnahmenseite her zu bekommen. Ihr habt gesehen, ich habe jetzt gerade mal Hoch 28er eingesammelt. Also auf die Skills. Jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich den richtigen aktiviere. Genau, weil die DPS will ich an der Stelle verdoppeln, damit die natürlich dann nochmal mit 400% letztlich durchläuft. Und da dann das Ganze einfach dann durchzutreten. Uh, jetzt habe ich den. Jetzt muss ich mich nochmal beeilen, damit ich natürlich hier den Automode anbekomme. Nicht, dass mir der Boss tatsächlich noch flirten geht. Mal gucken, wie viel er hat. Okay, das waren jetzt drei Sins, die ich dazu bekommen habe. Ich habe jetzt auch noch kein weiteres Pad Upgrade bekommen, weil 140 hatte ich halt schon. Und die poppen aktuell in einem Dialog auf, der noch geschlossen werden muss. Also das behindert nicht am Spielfluss und so weiter. Aber zumindest ist es dann so, dass eben das nicht als Nachricht hier auftaucht, sondern dass dann eben hier so eine kleine Dialogbox irgendwo aufgeht, die dann noch zu klicken ist. Also soweit jetzt zum Reset. Hier ist übrigens auch die Amnesia, die dann auch hier nach einem bestimmten Level, ich glaube wahrscheinlich erst ab Level 100, wird sie hier angezeigt. Auch wenn man sie hier schon vorher freigeschaltet haben sollte. Und dann, ja, ach so, bevor ich das noch mache, weil 14 Sins sind ziemlich wenig, ist es noch wichtig hier wirklich die Level der einzelnen Minons hochzubringen. Mal gucken, es sind jetzt aktuell 14. Ich werde jetzt mal alles hier bis 30 soweit hochbringen. So, mir fehlen jetzt noch 200, wenn ich das richtig sehe. Einfach um den, ja, um noch, also 20 Sins dann zu erreichen. Es sollte jetzt eigentlich noch relativ gut zu schaffen sein, dort noch genügend zu bekommen. Das ist, glaube ich, jetzt der letzte, nee, 42, also noch 60. Mal gucken, die billigsten Themen, 20, 30, 40, 50, 60. So, jetzt bin ich zumindest bei 20 Sins after Rebirth. Das nächste wäre jetzt erst hier nach 2000 Leveln. Also auf zum Vergessen. Vergessen. Die Amnesia letztlich sind auch nur normal hochgezählt. Allerdings bekomme ich jetzt auch gleich noch ein Achievement. Oder habe ich das schon? Nee. Moment, wo ist das? Weil es müsste jetzt beim dritten Amnesia noch ein Achievement sein. Ja, genau, hier 66%. Das heißt, hier bekomme ich nochmal 50 Click-Damage dazu. Noch einen Koffer mitnehmen. Und was mir dann hier natürlich am Anfang auf jeden Fall auch für die Bosse hilft. Also hier Automatik-Programm ist gleich an. Dann kann ich nämlich gleich selber, ja, eine ganze Weile hier durchklicken, ohne dass ich irgendwelche Sachen kaufen muss. Und jetzt geht es natürlich darum, welche Fähigkeiten sind am sinnvollsten, erst mal wieder, ja, aufzuleveln. Also ich werde auf jeden Fall mich jetzt noch weiter bei den Bossen halten, also an die Bosse halten. Okay, das sind jetzt schon 6 Punkte. Das lohnt sich aktuell dann noch nicht so sehr, weil ich bekomme ja gerade mal, ja, 3 Rivards, habt ihr gesehen. Mal noch den ersten Minon kaufen. Damit, während ich euch erzähle, hier natürlich im Hintergrund weiterhin schön die Einnahmen fließen können. So, die Verlängerung der Laufzeiten ist jetzt erstmal noch nicht so interessant. Aber die Skill-Recharge da, die wie gesagt ziemlich mächtig sind, ist es hier aus meiner Sicht tatsächlich sinnvoll, die noch ziemlich früh hochzuleveln. Und vor allen Dingen, da sie ja ziemlich günstig waren. Das heißt, so, jetzt sind sie schon um ein Viertel, sozusagen von der Timeline verringert. Das heißt, statt 10 Minuten brauchen sie dann nur noch 7,5. Und den Rest werde ich noch ein bisschen ausgeben. Also etwa bis 25 bin ich noch bereit auszugeben. Increased Damage bei Idle. Da machen wir mal noch einen. Und dann dazu noch auch die, genau, das Erhalten von den Idols. Und dann die letzte noch, dass die Chests noch auf 60%. So, jetzt bin ich bei 25, habe auf jeden Fall noch einen Damage-Bonus. Das heißt, 250% mehr DPS. Und ihr könnt gleich sehen, dass das also absolut ausreichend ist, so für die ersten Level, dass ich da relativ schnell durchkomme. Ich glaube, so bei 80 oder so weiter ist dann das Idle aktuell nicht mehr stark genug. Da muss ich dann so ein Boss-Level halt einfach mit den Fähigkeiten hier selber dann abschließen. Auf jeden Fall, wie gesagt, finde ich die ganze Benennung, die ganze Gruppierung hier so weiter sehr angenehm, was das Setting angeht, weil Fetischismen, Melancholie, Bulima und so weiter. Delirium ist natürlich dann noch lustig, inwieweit dann das Delirium gerade mit der Chest-Finding-Art zusammengepasst wird. Dann die Agrophobia ist dann, dass die Monster-Anzahl verringert wird und so weiter. Und Depression, dass die Monster halt dann weniger Hit-Points haben und so weiter und so weiter. Also vom Setting her, finde ich, ist es schon gut zusammengestellt. Und so ein paar kleine Sachen, trotz aller Ähnlichkeiten zu Clicker Heroes, ist dann noch spannend im Vergleich hier mit den Icons zum Beispiel, weil die haben noch einen eigenen Farbcode und bestimmte Icons, die ich jetzt euch leider gar nicht zeigen kann. Also da kann ich euch jetzt dann doch das erste Icon zeigen, weil das Spannende sind tatsächlich so die Farbcodes und die Symbolcodierungen, die hier verwendet werden. Und das ist im Gegensatz zu Clicker Heroes, wo die Skill-Icons irgendwie so keine innere Logik aus meiner Sicht haben, ist hier zum Beispiel diese Blau mit diesem Dunkelblau hinterlegten. Das sind Skills, die über den Einzelnen hinausreichen. Also hier die Gelben sind ganz normal nur für Cobra, für die DPS. Aber hier der Blau hinterlegte ist in dem Fall eben 0,5% auf current DPS. Und immer wenn die Kralle mit dem blauen Symbol ist, dann ist es immer ein prozentualer DPS. Und wenn zum Beispiel das Blaue ist mit dem Schlagring, dann ist es nicht der Click-Damage, sondern dann ist es die allgemeine Damage, die DPS von allen dann erhöht. Und das finde ich so vom Konzept her schon sehr interessant, einfach zu sehen dann, okay, das sind jetzt diese und jene. Also hier ist zum Beispiel auch das Gleiche. Ihr seht, das ist das gleiche Symbol. Auch wenn die Werte sich dann unterscheiden, ist da ein gewisser Wiedererkennungswert da. Einfach um zu sehen, ah, okay, ich will jetzt die DPS hochbringen oder ich will die Click-Damage noch ein bisschen verbessern. Wo ist dann da jetzt der nächste Skill? Gerade je schneller natürlich im Tier das dann funktioniert, dass letztlich hier die Level durchlaufen werden, umso wertvoller sind natürlich solche Wiedererkennungs-Icons, zu sagen, okay, den ziehe ich jetzt vor oder der ist jetzt wichtiger, auch wenn man später sicherlich alle Icons auf einmal kauft. Also hier fehlt eventuell auch noch ein Button. Und was auch zum Beispiel angenehm ist gegenüber Clicker-Heroes, ist hier dieses Scroll-Verhalten, weil ich habe zumindest oben immer die Kante so, dass ich hier wirklich einen Abschluss habe, während sich bei Clicker-Heroes das immer so verschiebt. Also in der Hinsicht, es gibt so ein paar nette kleine Gimmicks, wo ich sagen muss, das ist schöner gelöst hier, als es dort in dem anderen Spiel ist. Und insgesamt bin ich mal gespannt, wie die Motivation auch insgesamt ist. Im Moment ist mein nächstes Ziel, hier die Double Damage zu kaufen. Das heißt, bis 150 brauche ich noch. Das heißt, ich habe jetzt schon ein bisschen mehr als die Hälfte. Und ja, mal schauen, wie sich das Ganze dann weiterentwickelt und auch welche Veränderungen und Verbesserungen von den Entwicklungen hier noch im Spiel gemacht werden. Soweit für heute. Einfach noch ein paar Ergänzungen für die Spielelemente, die ich beim ersten Durchlauf noch nicht zeigen konnte. Einfach damit ihr da noch ein paar Informationen habt und auch selber dann anfangen könnt, euer Spiel zu optimieren. Je nachdem, ob ihr halt lieber auf Idle oder ob ihr vielleicht lieber auf Click Damage geht. Je nachdem, könnt ihr euch halt die Illnesses dann so zusammenstellen, dass es eurem Spielstil besser entspricht. Soweit für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!